Ich bring euch acht Bars aus dem Wald, denn ich bin heute im Wald, ich hab halt Tiere abgeknallt, mit roher Gewalt und drohes Fleisch lag dann darum fast so viel dran wie ein Heidi Klum, doch ich will niemanden beleidigen, ich will auch niemanden verteidigen, ich sag euch einfach stur, schützt bitte Mutter Natur, yo, peace and out, yo.